Schauen wir mal, was wir nach vier Kilometer Joggen noch hinkriegen. Was ich euch nur sagen wollte, egal wie alt wir sind, Wir müssen etwas tun für unsere Durchblutung. Man kann also mit jedem Alter das, was ich mache, machen, wenn man es rechtzeitig anfängt, wohlgemerkt. Oder aber, ich würde sagen, es ist nie zu spät. Ich habe ja auch erst mit 64 den Kampfsport angefangen. Und heute war ich schon sehr viel unterwegs. Ich muss auch noch was tun. Aber es langt jetzt, weil heute Abend kommen die Kampfsportübungen an. Auf Wiedersehen. Und wenn ihr schamanische Behandlungen braucht oder Karten gelegt haben wollt, mediale Lebensberatung, meine Homepage ist www.inkasapientelupa.de und ich freue mich auf jeden. Und es ist für jeden eine Möglichkeit, egal was er hat, wenn er Hilfe braucht, soll er das geben, was er kann, was zu ihm passt. Ich danke euch herzlich. Meine Telefonnummer 0176 75 95 73 49 In Wies-Oppenheim 675 51 Bitte anrufen, wenn ihr möchtet. Ciao. 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 Ciao.